Ich weiß nicht, was ich euch sagen soll, Männer. In drei Minuten beginnt die größte Schlacht unserer Profi-Laufbahn. Heute wird sich alles entscheiden. Entweder bestehen wir als ein Team oder wir zerbrechen. Stück für Stück, Spielzug um Spielzug, bis wir am Ende sind. Wir stecken knöcheltief in der Scheiße, Männer. Das könnt ihr mir glauben. Und wir können da hocken bleiben und uns den Arsch aufreißen lassen. Oder wir können uns wieder nach oben kämpfen. Ans Licht. Wir können aus dieser Hölle aufsteigen. Stück, Stück nach oben. Wir kämpfen hier um jeden Zentimeter. Für ein paar Zentimeter zerreißen wir uns selbst und jedem, der dazugehört, in Stöcke. Wir krallen uns mit den Fingern in die Erde für jeden Zentimeter. Weil wir wissen, wenn wir die Zentimeter zusammenzählen, die wir geholt haben. Ergibt das am Ende den verdammt wichtigen Unterschied zwischen Gewinnen und Verlieren. Mehr noch zwischen Leben und Tod. Und das ist gel glücklichsten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020